Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bevor es mit dem Video losgeht, gibt es eine kleine Ankündigung. Und zwar werde ich am kommenden Samstag einen 12-Stunden-Stream live auf Twitch machen, der von 10 bis 22 Uhr geht. Wir werden natürlich viel Genshin spielen und ich habe auch vor, weitere Domains, die ihr selber gemacht habt, live im Stream zu spielen. Also falls ihr auch eine eigene Domain gebastelt habt und möchtet, dass ich die spiele, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Oder die beste Lösung ist, wenn ihr auf meinem Discord-Server kommt, dort habe ich einen separaten Channel und da könnt ihr dann einfach eure ID posten und ich werde diese Level dann spielen. Neben Genshin wird es auch noch andere lustige Spiele geben und am Abend zocken wir auch sicherlich einige Community-Games mit euch zusammen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am Samstag im Streamer vorbeischaut. Ich lasse euch den Link auf jeden Fall in der Beschreibung da. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst bitte gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal, um zukünftig keine Videos zu verpassen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hm? Soweit, so gut. So weit, so gut. Wir haben nur ein Leben. Also müssen wir vorsichtig auf jeden Fall spielen. Und wir können nicht unsere Fähigkeiten nutzen. Ähm. Wie komme ich denn da hoch? Den Sprung brauche ich. Bleibt ja so lange, bis ich ihn nutze. Aber man kann klettern, wirklich? Oh mein Gott, das ist eine Wand, wo man klettern kann. Wow, rip. Oh mein Gott, die Zeit ist ja hier um. Was entspannt ist zum Anfang? Da ist das Ziel, aber wo sind noch Münzen? Das hat ja nicht so gut geklappt. Und ich danach noch Lust habe. Also später vielleicht gerne, aber ich werde jetzt hier der Reihenfolge noch spielen. Habe ich diese sechs übersehen? Okay, du bist ja gemein. Aber an sich. Für deine erste Domain. So hier unten war nichts, oder? Nur nochmal sicher gehen. Für die letzten sechs Coins. Nice. Oh mein Gott, wie mich das bremst. Nice. So, als nächstes machen wir die von Half-Foxy. Ähm. Ich habe jetzt nicht geguckt. Gab es hier ein Ziel? Eine Voraussetzung? Nehmen wir einfach alle Coins mit, ne? Oh, cool gemacht. Cool gemacht. Cool gemacht. Der Einstieg zumindest. Okay, das könnte gefährlich werden. Wir haben kein Leben, sondern... Kann man das umgehen? Oder muss man da einfach noch warten? 150 Taler brauchen wir? Ah, je, je, je. Hoffen wir mal mit Chenna, die ist größer und schneller. Aber die Münzen in den Augen so... Pöp, 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 als würde man Schüsse abkriegen. So, dann ist dieses unter Umständen nicht immer so schlimm. Das hat schon mal nicht nach Plan geklappt. Ah. Das ist so eine quasi so eine... Ja, ich gebe dir noch einen Versuch. Ah, natürlich habe ich den nicht. Ich gebe dir 154. Hier, da oben habe ich auch keine mehr gehabt. Da oben sind auch noch welche. Was? Okay, ich glaube, jetzt geht es runter, ne? Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg war. Noch was übersehen? Nein. Schön aus dem Tutorial mitgenommen. Die Idee. Was ist dieser gelbe Punkt? Gibt mir das Energie? Es fehlen noch einige. Mir fehlen noch voll viele Coins. Mist. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Hier ist noch einer. Also ist irgendwo ein versteckter Weg. Nein, da kommen wir nicht mehr hoch. Dann... Müssen wir es wohl abschließen. Die sind es, die ich nicht hatte. Ich habe alle. Oder ich habe nicht alle, aber ich habe genügend. Nice. Okay. Mal gucken. Also Labyrinth. Fertig schon. Oha, hast du ordentlich Gas geben. Rechte. Okay, schon. Das war das erste Mal für jetzt. Das war das erste Mal für jetzt. Jetzt. Ja, da kann ich durch. What? Oh Mann. Es geht weiter. Mann, was ist das? Bin ich wieder am Anfang? Ich weiß es nicht. Das nenne ich mal Labyrinth. Höre was. Wir haben es geschafft. Was ist das denn? Wir haben ein Leben. Was? Es ist das Tor zur Hölle. Hä? Das kann man nicht auf entspannt irgendwie machen. Weil man wird getroffen, auch wenn man nicht getroffen wurde. Ich dachte, guck mal, dazwischen wollte ich springen. Da ist so eine Lücke, entsteht da. Okay, da. Das war jetzt nicht richtig. Ja, Leute. Eure Level kommen jetzt wahrscheinlich nicht mehr dran. Okay, ich weiß es wie. Bedankt euch bei Mars. Das. Ansonsten überspringen wir die gleich. Aber ich mach die dann nochmal zum Schluss. Vielleicht. Wir machen erstmal mit den anderen weiter. und dann, äh, weil sonst kommen die nicht mehr dran. Und dann gucken wir mal. So, als nächstes haben wir lecker frische Milch. Falls jemand Lust hat, ein Speedrun Domain. Okay. Speedrun. ist klar, ist klar, ist klar, ist klar, ist klar, ohne Fähigkeiten zum. Die Frage ist, wie krass ist der Timer? Oh, das. Oh, da ist... Wow. Oha, der Sprung ist nicht ohne. Ach, Mist. Der ist aber schwierig. Ich will den Sprung erstmal einfach überhaupt nur schaffen. Ach, Mann. Oh, das war's doch. Oh. Nice. Ey, das ist mir... Das ist aber auch... Ich verstehe, ich verstehe. Es gibt halt eine Möglichkeit, so einen Absprung. Okay, nice. Wir leben noch, wir leben noch. Nein. So, wo geht's dann weiter? Alter. Oh mein Gott! Äh. Hä? Ich bin abgesprungen. Die Animation kam sogar. Da spiel ich dir doch glatt ne traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Macht man halt den Genschen selten, sowas. Deswegen da ein richtiges Gefühl für kriegen. Das war clean. Ja. Nein. Ich wusste die Richtung nicht. Das, ne? Ne. Ne? Also, frische Milch ist, by the way, schuld, ne? Weil sie einen Verantwortlichen für alles sucht. Mehr als gesund aus. Oh mein Gott! Drei Sekunden über! Ja, man! Oder zwei. First try! Nach dem Speedrun kommt jetzt erst mal ein Ehrgarten von Cat. Wirkrab. Wir brauchen elf Minuten. Mein Cat. Jetzt ist gemein. Oh, das war wie lucky. Also, habe ich eine Münze übersehen? Das kommen noch welche. Ah, ist we got it. Sehr nett gemacht. Ja, ich bin gespannt. Oh. Ich muss jetzt mal die Taler jungen. Boah. Okay, ich hab's. Nein! Oh mein Gott! Dead End. Das ist doch los. Hallo. Weiß? Wir warten auf die Attacke. Nochmal noch. Kann schon ein Gefühl für haben. Oh, nein! Nein! Nein, nicht. Nein, nein. Okay, wir... ...bingen die nicht. Jetzt muss die sich aktivieren. Ah, uns fehlt Höhe. mehr Gedanken über den Winkel machen. So, wunderbar. Mehr ist hier nicht, ne? Dann können wir jetzt, glaube ich, weitergehen. Kommt der Ehegarten. Ich glaube, hier will man nicht runter. Sieht besser aus. Das sieht aus, als würde es da weitergehen. Münzen. Oh, das ist der Elektro. Ich dachte, vielleicht ist da was versteckt. Guck mal, hier war noch eine. Wir haben acht. Okay, dann... Gehen wir jetzt weiter. Okay, wir müssen hier rein. Weißt du, hier sind die Slots nicht begrenzt. Im Vergleich zu so einer Kanne. Oh, nein. Oh, wir haben es berührt. Ich habe gar nicht gesehen, dass das Ziel ist. Mega tricky. Aber gut gemacht. Gut gemacht. Oh. Oh. Die sind so, dass man immer gerade drauf zulaufen muss. Ich habe da noch eine Lücke gesehen. Ist da was? Das war richtig. Ich bin... Wie lange ist das zu verpassen. Nach der von Alisa gerade und der von Kat. Muss man in alle Lücken gucken. Ich wusste ja nicht, dass es Leute wie Pironos gibt, die auch... ...die Münzen nicht zu verstecken. Das war nicht gut, aber es hat... Wir sind noch durchgekommen. Nice. Oh mein Gott. Der Übertroll. Nein. Vergessen. Ich glaube, wir starten neu. Nein, ich habe es doch... Okay. Nein, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Gute Runde. Gute Runde. Wir sind hier durch. Das ist nice. Alles gemacht. Wir haben genug. Wir haben sogar alle. Nice. Gute Sache. Hat mir auch gefallen. Pironox. Das war echt cool. 右 Typist, ich habe auch quelques... Gut, wieder. rooft pants, weiter facebook, aus demprechen. Kommen. Ja, ich habe fortsetzt. Alles gut. Was....